Eine Revolution ist passiert, Leute. Das Spiel Raid Shadow Legends hat das Aussehen der Spiele für immer verändert. Wenn du nicht Teil dieser Revolution sein willst, Leute, wirst du zurückbleiben. Das ist das erste Handyspiel, Leute, was richtiges Konsolen-Erlebnis direkt für unterwegs bietet. Leute, ihr könnt euch mehrere Millionen von Champions zusammenstellen, könnt gegen Raid-Bosse kämpfen, Kampagnenkämpfe machen und natürlich in der PvP-Arena gegen andere Leute antreten. Es gibt hunderte von Artefakten, die ihr sammeln könnt. Und über 500 Champions, wo jeder eigene Fähigkeiten hat. Leute, das Spiel ist kostenlos, könnt ihr euch unten in der Beschreibung direkt downloaden. Ob fürs Handy oder sogar für den PC. Und ich empfehle euch, Leute, den Toten Kreuzritter. Ihr seht ihn schon hinter mir, da treibt er schon sein Unwesen, oh mein Gott. Lasst meine Fische in Ruhe, du blöder Todesritter. Und zuletzt hat Raid das größte Update aller Zeiten rausgebracht. Also auf jeden Fall kann ich euch versichern, war das Update größer als alle anderen Updates, die wir die letzte Woche in Fortnite bekommen haben. Da wurde nämlich ein komplett neuer Doomtower hinzugefügt. Das ist ein riesiger Turm mit 120 Etagen. Ich hoffe, die haben Fahrstuhl drinne. Viele geheime Testräume wurden hinzugefügt. Und zwölf richtig geile Bosse. Wir haben alle lange drauf gewartet. Jetzt ist das Update da. Deswegen in erster Linie in der Beschreibung. Und das Spiel jetzt downloaden. Abfahrt. Also Leute, wenn ihr einen kleinen Vorsprung haben wollt in Raid Shadow Legends, dann klickt ihr jetzt unten auf den Link. Wenn ihr ein neuer Spieler seid, erhaltet ihr einen kostenlosen Champion Henker, 50.000 Silber, 50 Dias, ein Energy Refill und ein Clan Boss Schlüssel. Zusätzlich gibt es auch 5 mysteriöse Splitter und ein XP Booster ist auch noch drin. Hier findet ihr in eurem Inventar, Leute, in der Inbox, wenn ihr euch eingeloggt habt. Und Leute, wichtig, diese Belohnung wird wirklich nur für die nächsten 30 Tage verfügbar sein. Deswegen jetzt downloaden. Abfahrt, Freunde, kostenlos. Könnt ihr nichts falsch machen. Los geht's. Was können wir uns angucken für ein Video? Was gibt's denn das so? Wir gehen hier rein. Beim guten It's Asi dem Bau. Was hat der schon wieder für die Scheiße gemacht? Was hat der schon wieder für die Scheiße umgeladen hier? Gucken wir mal rein, Leute. Wer kennt ihn nicht? Den guten alten. It's Asi. Oha. Kurz vor einer Million Abonnenten. Krass, Bro. Heftig. Okay, Abfahrt. Schon wieder, Digga. Asi sagt. Oh mein Gott. Ich schwöre, der kann gar nicht Asi sagt spielen, Bruder. Jeder macht Scheiße. Ich sag euch ehrlich, wir testen jetzt, ob jeder Scheiße baut oder nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir schaffen heute ein gutes Asi sagt. I hope greater good Asi nicht vergessen. Ich erwähne das immer. Wallah, ich erwähne das immer. Gibt es wirklich noch Leute, die was kaufen, Bruder? Ich muss, glaube ich, meinen eigenen Code benutzen. Was ist das? Hier, hier. Mein Gott. Gehört mir gut zu. Asi sagt, ihr landet alle bei Pleasant Park. Bei Pleasant Park, ähm, beim Fußballplatz. Oha. Oha. Er macht Asi sagt und wundert sich, dass alle Leute im Blizzard Park landen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Creator Code Einnahmen sind ein bisschen zurückgegangen. Aber gut. Was soll man machen? Man kommt über die Runden, Leute. Man, man kommt, man schafft es gerade so. Oha. Ah nein, reicht denn. Baut keine Scheiße. Genau, bis zum Ende. Okay, perfekt. Die erste Haltung ist einfach nichts machen und mich angucken, ja? Asi sagt, es geht los. Hinknien. Ah. Asi sagt, hinknien. Okay. Okay, steht auf. What? Ah, Bruder, was ist los, Alter? Schläfst du? Okay, Asi sagt, steht auf. Ey, Bruder, pennst du? Seid mal ehrlich, ich penne dir? Baba. Oh, soll ich euch alle vier töten? Du Fisch, guck mich nicht so an. Asi sagt, aufstehen, Bruder. Bruder, Asi sagt, aufstehen. Oh, Bruder, bist du behindert? Der will sterben. Wollern, der guckt mich immer noch an. Asi sagt, lauft mir hinterher, los. Asi sagt, los, hinterher. Stellt euch vor, ihr seid so fame, ihr fahrt so gerade auf einmal hinter euch, so eine Armee, so. Ah, so fucking gut, nein. Wo bleibt ihr denn? Schneller, Mann, schneller. Ey, ich weiß noch, wo wir Fantreffen gemacht haben in München. Da war das Real Talk genau so gewesen. Das war zu krank, Alter. Da waren zu viele Leute. Das war, Bro, die haben fast den ganzen Bus auseinandergenommen. Die hupe ich, ah. Asi sagt, da vorne, äh, an dem Weg hier. Nein, nein, nicht da rein. Asi sagt, nicht da rein. Asi sagt, hier vorne an eine Reihe stellen, los. Hier, genau so, an eine Reihe stellen. Asi sagt, ihr geht gleich da vorne zu dem, äh, Meer, äh, zu dem Sand. Und der letzte, oder die letzten fünf, die nicht in dem Sand drin sind, sterben. Asi sagt, jetzt. Ey, du bist schon davor gerannt, du Hund. Ich hab dich nicht gesehen, halt still. Nein, bleib stehen. Halt still, Mann. Ey, hau nicht ab, hau nicht ab. Du Hund. Okay, äh, kommt raus. Asis aimt aber auch sehr schlecht. Perfekt. Okay, Asi sagt, in eine Reihe stellen. Nein, Asi sagt, mitkommen. Asi sagt, mitkommen in dem Gebäude hier hoch. Eine Frage, wo ist der Rest? Habt ihr gepennt, oder was? Asi sagt, kommt hier hoch zu mir. Yallah. Hört gut zu, ladies and gentlemen. Aber noch nicht, wenn ihr leben. Okay, die ersten zehn gehen auf das linke Boot. Und die anderen zehn gehen auf das rechte Boot. Oha. Asi sagt, du. Das wird geil, glaube ich. Gladiator-Kampf. Du auf das linke Boot. Asi sagt, du. Du Idiot. Du Idiot. Die Zone kommt. Nein. Nein, Mann. Nein, ich mach. Wala, ist mir scheißegal. Wir machen es trotzdem. Ey, ich sterbe. Nochmal, nochmal, nochmal. Alle raus, alle raus. Yallah, verlass die Lauf. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, Asi sagt, kommt hoch. Ich stelle euch in eine Reihe. Genau so, genau so. Kommt hier. Ohne tanzen. Wer tanzt? Ich höre den. Oh, danke. Okay, hört auf jetzt zu blöden bei mir. Hört auf, reicht, reicht. Hört auf. Ich rette nicht euer Gött, wenn ich sterbe. Asi sagt, ich werde jetzt 20 Leute runterbeten. Asi sagt, du gehst runter. Asi sagt, du gehst auch runter. Asi sagt, du gehst runter. Du gehst runter. Habe ich Asi sagt gesagt? Habe ich Asi sagt gesagt? Okay, du gehst runter. Ey, Asi TV. Du darfst auch runter. Komm, du bist Ehrenmann. Nein, du bist ein Ehrenmann. Komm, komm. Asi sagt, du runter. Ihr, meine Freunde, werdet heute um Leben und Tod... Ruhe. Ihr werdet um Leben und Tod kämpfen. Dass ich anständig meine Zeit... Du kleiner... Du kleine... Wer ist das? Ey, jemand hat mich ge... Bro, du sagst ja mal so ehrenlos. Ey, ich sag euch, wie gesagt, ich hab immer noch den Dream, dass man mal eigene Server in Fortnite bekommt. Dass man die Leute bannen kann und dann ist Ruhe. Ich find auch, das wäre auch mal eine Maßnahme von Fortnite. Ich bin eigentlich Trust, Leute, ja. Ich spiel so lange das Spiel. Ich sollte selber Bannpower bekommen. Jeder, der mich schief anguckt, dass ich den bannen kann. Wer wäre dafür? Wer war das? Dieser Hund. Findet ihr raus, wer das war? Schmeiß den raus. 12 Sekunden später. Dankeschön, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Asi sagt, geh du runter. Asi sagt, geh du auch runter mit Anzug. Asi sagt, geh du auch runter. Oh, ein Renegade Raider. Gut, super. Aber geh du auch runter. Asi sagt, ab drei kämpft ihr da oben. Wer war das gerade? Du kleiner B****X. Du kleiner B****X. Ich hab eine Idee. Ich brauch eine Security. 20 Minuten später. Also sagt, meine Securities habt alles im Auge. Stehenbleiben, du runter. Deswegen kann man sowas meist nur über UniteBot machen. Also ihr seid ja mittlerweile echt schon korrekt. Macht keine Scheiße. Weil viele von euch wissen, ey, okay. Wenn ihr jetzt Scheiße macht, dann machen wir alles über UniteBot. Und dann könnt ihr nur ein Teil dran teilnehmen. Aber das ist so nervig, Leute. Besonders, wenn man einfach so zocken will. Was aufnehmen will oder so. Boah, das nervt. Tut mir leid, Bro. Aber du runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wegen dir ist ein Unschuldiger gestorben. Der Hund, warum bewegst du dich? Hilfe, Verstärkung. Er täutet Leute, er täutet Menschen. Security bringt gar nichts. Security, der Rest bleibt stehen. Asi sagt, der Rest bleibt stehen. Asi sagt, der Rest bewegt sich nicht. Was geht ab? So, liebe Damen und Herren. Asi sagt, geht in eure Ecken, egal wo. Asi sagt, ab drei. Kämpft ihr da unten gegeneinander. Und der Letzte gewinnt. Asi sagt, eins, zwei, drei. Oh, Rhythm geht ab. Rhythm geht ab. Oh, oh mein Gott. Asi sagt, die Hälfte der Map wird jetzt zugemacht. Schnell, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, drei, eins, null. Zu spät. Zu spät. Es dauert doch zehn Jahre. Was willst du mischboxen, Bruder? Was machst du hier? Fußball-Sachen. Es soll eine neue Waffe kommen, ne? Ja, neue Waffe. Asi sagt, folgt mir alle jetzt. So wie es aussieht, kommt die Knock-Knock-Schrotflinte wieder. Hä? Asi fragt, wo ist der Rest, Mann? Asi sagt, es gehen jetzt alle in den Bus rein. Asi sagt, die Leute, die nicht im Bus sind oder es nicht geschafft haben, reinzugehen, sie sterben. Keiner schlägt keinen. Aber nur so krüben, dann könnt ihr nicht mal ein Spiel richtig spielen. Egal, Asi sagt, in eine Reihe stellen. Asi sagt, springt einmal. Asi sagt, springt nochmal. Digga, das ist ja noch chaotischer als bei uns, Digga. Das geht er gar nicht. Kinn in Kinn-Knin. Asi sagt, Kinn-Knin. Lucky Landing und Travis Scott kommt, Digga. Ja, rutscht mal alle nach hinten. Geht mal hier zu dem Stab hier vorne. Kommt mit zum Steg. Alle hierhin, alle hierhin. Ehrenbruder Travis. Alle zum Steg, genau. Genau zum Steg. Nein, nein, zum Steg. Hey. Asi sagt, folgt mir. Okay, Asi sagt, folgt mir an eine Reihe. Asi sagt, springt einmal. Asi sagt, springt noch einmal. Springt noch einmal. Boah, Asi sagt, mitkommen. Asi sagt, alle ins Haus rein. Asi sagt, alle ins Haus. Jalla, alle ins Haus. Alle ins Haus. Asi sagt, alle ins Haus. So, Asi sagt, alle ins Haus. Wer Tür kaputt macht, der kriegt vor mir auf die Fresse. Kleiner Hund. Ich weiß, wer das war. Das warst du, oder? Ja. Ja. Lütendisch. Kill ihn doch. Das war der. Äh, okay, du kommst raus. Asi sagt, komm du auch raus. Asi sagt, nicht mal Eier, den zu killen. Rennt aus dem Haus. Asi sagt, doch funktioniert alle. Asi sagt, mitkommen. Also gut, hört mir gut zu. Jetzt kommt eine wichtige Aufgabe. Es gibt ein Wettrennen. Also, wenn ich los sage, rennt ihr so um die zwei Bäume herum und dann wieder zurück. Ab drei. Der letzte verliert. Eins, zwei, drei. Du bist gelaufen. Der macht direkt olympische Disziplin, Junge. Der oben bist auf dem Berg ist tot. Ah, hart, hart. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, die letzten drei. Wir haben hier einen Renegade Raider. Ist es ein Renegade Raider? Asi sagt, du und du. Asi sagt, schaut euch an. Asi sagt, ab drei schlagt ihr euch. Es geht um Leben und Tod. Eins, zwei, drei. Oh. Oh. Es geht um Leben und Tod. Schweigen ist Gold, Mann. Eins, eins, eins. Ich hätte nie gedacht, dass sie es so weit schaffen. Asi sagt, springt einmal. Und wenn der jetzt auch noch gewinnt, dann dreh ich aber durch. Okay, schaut euch an. Hallo. Oh, Bruder. Zum Glück hat der andere gewonnen. Leute, checkt die guten alten Asi TV aus. Der hat fast eine Million Abonnenten, Digga. Da müssen wir doch gönnen, Leute. Was ein geiler Tag, Leute. Und jetzt, ja, werdet ihr was sehen, was hier die Geschichte eingeht wird. Paper, yo. Okay. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Und jetzt, ja, werdet ihr euch an, was hier. Untertitelung des ZDF, 2020